Vielleicht, darüber denke ich aber nach, müssen wir unsere Demokratie erweitern, müssen wir sie auch mal erneuern und nicht alles so belassen, wie es ist. Also zum Beispiel mal neu nachdenken über Volksentscheide, mal neu nachdenken über eine Erweiterung des Stimmrechts bei Wählen. Also dass ich nicht nur die Liste einer Partei ankreuzen kann, sondern auf der Liste der Partei auch nochmal die Leute ankreuzen kann. Das heißt, die Reihenfolge durcheinanderbringe, die die CSU oder die Linke oder wer auch immer sich ausgedacht haben in den Landesverbänden. Ich glaube, wenn uns nichts Neues einfällt, worauf die Leute neugierig sind, dann wird die Zahl derjenigen, die mit der Demokratie immer weniger anfangen können, ständig zunehmen.